Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Das Jahr ist fast vorbei, wir haben es geschafft. Season 1 ist fertig, Season 2 ist so gut wie fertig. Ich denke mal, Anfang des Jahres werden wir auf jeden Fall einen Kämpfer bekommen zu Season 3. Und ich will das Jahr damit abschließen. Zuschauen, was wissen wir schon für das nächste Jahr, was erwarte ich und was erwartet ihr vielleicht für das nächste Jahr. Und was gibt es vielleicht für Leaks und Data Mining für das nächste Jahr für Diablo 4. Und da gibt es echt ein paar Sachen, die ich mega, mega spannend finde. Und wenn das alles so eintrifft, dann können wir alle sehr, sehr positiv in 2024 blicken. Weil da ein paar Sachen kommen könnten und kommen werden, auch mit dem DLC und auch mit Season 3 und mit den ganzen anderen Seasons, auf die ich mich sehr freue. Fangen wir mal am Anfang an. Ich würde einen kleinen Recap machen. Wir hatten Pre-Season Mitte des Jahres, als das Game rausgekommen ist. Vor Season 1 ungefähr, im Monat, ein bisschen mehr. Und das Game hat sich angefühlt für eine Beta. Will ich nicht schön reden. Nach der Story gab es nicht allzu viel zu tun. Aber dann hat ja auch ganz schnell die Season 1 angefangen, die leider auch relativ enttäuschend war. Wir hatten die Season Quest Line, die relativ kurz war. Mit anderthalb Stunden war man da echt schnell durch. Und die boastshaften Herzen, machen wir uns nichts vor, waren auch relativ wenig Content. Mit Season 2 kam aber die erste Season, die richtig, richtig viel Content geboten hat. Also nicht nur, dass wir 20 neue Unix bekommen haben. Wir haben Uber-Unix Farming bekommen. Wir haben Endbosse bekommen. Wir haben das Schlachthaus bekommen. Wir haben die ganze Season Quest Line natürlich bekommen. Die Bluternte bekommen. Die Fähigkeiten aus der Bluternte bedeutet die Vampirfertigkeiten. Und natürlich das, was gerade auch noch läuft, die Midwinterpest in Kyowashub bzw. im zerspitterten Gipfel. Also wirklich viel mit Season 2. Und ich glaube auch nicht, dass Season 3 so vollgepackt sein wird wie Season 2. Ich glaube, Season 2 ist da schon relativ außerhalb der Norm. Alleine schon die 20 Unix, Endbosse, Uber-Unix Farming, was ja alles auch nicht unbedingt Season-Thema ist, sondern ja auch über Season 2 hinaus bleibt. Also da kam schon unfassbar viel Content. Das denke ich, wird zu Season 3 nicht kommen. Und jetzt Ende des Jahres, was kommt zu Season 3? Es gibt schon Leaks, wie die Season heißen wird. Es gibt ja nur dieses eine Foto hier, ich blende euch das mal ein, wo der Name quasi noch in dieser Diablo-Schrift ist. Das Ganze könnte heißen, Leute weggehören, wenn ihr es nicht wissen wollt, Dreamscape bedeutet Traumlandschaft. Und da komme ich gleich auch noch zu, was das untermauert. Finde ich sehr krass. Der Name allein bringt natürlich nicht so viel, aber was könnte dort drinstecken? Ich glaube, das Ganze wird sich drehen um Gregor, den Endboss Gregor. Wir hatten ja schon mit Season 1 Warshan, wo sich alles um Warshan gedreht hat. Wir hatten in Season 2 Lord Seer, wo sich alles um Lord Seer gedreht hat. Und ich glaube, mit Season 3 wird sich alles um Gregor drehen. Das wird eine Season-Questline, die sich um ihn dreht. Es wird irgendwas mit der Kathedrale, mit Kreuzrittern, mit den heiligen Priestern und so weiter auf sich haben. Was ich cool finden würde, wenn wir nochmal diesen Erzengel da sehen würden, den wir auch aus der Story kennen, der da was mit Lilith hatte, würde ich ganz cool finden. Aber vielleicht kommt das auch erst zum DLC, I don't know. Aber ich denke mal, es wird sich um Gregor handeln. Da können wir uns relativ sicher sein. Kreuzritter, Kathedrale, die Priester, das wird so das Thema sein. Und was dann an neuen Items, beziehungsweise was für ein Kniff da reinkommt, ob es jetzt irgendwelche neuen Fähigkeiten sind, irgendwelche Items, das wissen wir jetzt noch nicht. Und wir wissen natürlich, es gibt schon Leaderboards, die kommen werden. Das wurde ja auch schon in Campfire announced. Dann ein paar Sachen im Schnelldurchlauf, die wir schon wissen. Wir wissen, es wird Kompagnons geben, einerseits die für euch rumlaufen und Gold einsammeln. Es wird Söldner geben, die ihr anheuern könnt, die mit euch rumlaufen. Das heißt, ihr könnt mehr Singleplayer-Modus spielen. Die Frage ist, ist das schon ein Wink, das eventuell in Offline-Modus kommt? Würde ich sehr fühlen. Ich denke nicht, dass er jetzt allzu bald kommt. Aber wir werden auf jeden Fall Söldner bekommen. Da gibt es auch schon ein paar Namen. Leute leider nur auf Englisch. Ich versuche es hier on the flight zu übersetzen. Berserker-Crone, keine Ahnung. Bounty Hunter, Kopfgeldjäger, Cursed Child, also ein verfluchtes Kind, eine Maiden, Mongrel, keine Ahnung, was es heißt, Scowler und Schildbearer ist irgendein Schildträger. Ja, Söldner werden kommen. Die Truhensteckplätze werden erhöht. Das wissen wir ja auch schon aus dem Fragebogen. Frage ist, schon vor DLC oder erst mit dem DLC. Es werden Live-Quests kommen. Was da sich hinter verbirgt, weiß ich nicht. Kann man nur mutmaßen. Vielleicht sowas wie Dailies und Weeklys, was ich ja schon vor ein paar Wochen mir gewünscht habe. Bedeutet, dass man sich jeden Tag oder jede Woche einloggen kann, um irgendwelche Quests zu absolvieren. Vielleicht auch Live-Quests für den Clan würde ich mir sehr wünschen, dass für den Clan mehr Sachen kommen. Und dann haben wir Ende des Jahres natürlich noch den DLC, wo wir schon einiges wissen. Es wird eine neue Klasse geben, eine Spirit-Born, der Glace benutzen wird. Es wird ein Raid geben, beziehungsweise vielleicht auch mehrere Raids in dem neuen Gebiet. Ein Raid centered around Kasra. Die Kasra kennen wir ja schon. Bedeutet, irgendein Raid, der mal was mit den Kasras zu tun hat. Und wie der genau aussieht, wissen wir jetzt aktuell noch nicht. Aber es wird irgendwelche Sachen von Raids geben, was da die Belohnung sein wird. Und lassen wir uns überraschen. Vielleicht hat der ein oder andere das von euch mitbekommen. Vor zwei Monaten hat Diablo auf dem Diablo YouTube-Channel ein 8-Stunden-Video veröffentlicht. Diablo 4 Nightmare Fuel in Engineered Nightmare Experiments. Und das Ganze sieht so aus. Und das Ding könnt ihr euch anmachen, wenn ihr nachts, wenn ihr schlaft, Albträume von Diablo haben wollt. Wir hören nochmal ganz kurz rein. Ich habe das Ganze nicht mitbekommen. Das Ganze wurde designt mit einem Traumtherapeuten, Dr. Leslie Ellis. Und soll euch dabei helfen, Albträume zu haben? I don't know. Und ich habe ihr eben den Namen oder den vermeintlichen Namen von Season 3 gesagt. Und ihr denkt immer, Blizzard hat keine Ahnung, was sie machen. Aber ich glaube, das ganze Ding hängt zusammen. Das Teil zusammen mit Season 3. Und entweder ich liege damit komplett falsch. Und wenn die Season rauskommt, ist das hier alles unsum, was ich erzählt habe. Aber mein Call ist, das hängt mit Season 3 zusammen. Und hier habe ich es zuerst gecallt. Und als erstes, ihr habt das als erstes gehört. Und das war eigentlich alles, was ich zumindest für 2024 gefunden habe. Und alles, was ich so erwarte und was auch relativ erwartbar ist. Schreibt mal gerne eure Erwartungen für 2024 rein. Gibt es irgendwas Spezifisches, was ihr euch wünscht? Es werden ja schon Änderungen zur Höllenflut kommen. Das heißt, wir werden besser farmen können. Es werden bestimmt auch wieder ganz viele Quality of Life Änderungen kommen. Es wird wieder Buffs und Nerves geben ohne Ende. Das werde ich euch alles dann zeigen, wenn es soweit ist. Und wir im Campfire Shad mehr dazu gehört haben und die Patchnoten draußen sind. Wer da sich verpassen wollte, auf jeden Fall mal voll auf den Kanal da lassen. Ansonsten, wie gesagt, würde mich sehr darüber freuen, was ihr erwartet für nächstes Jahr. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich euch wie immer sehr über ein Like auf dem Video freuen. Und sage bis zum nächsten Mal Leute, kommt gut ins neue Jahr. Ciao, ciao.